Musik 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 Die Stellung halten! Sie sind überall! Wir brauchen unsere Geschütze! Erfischt! Unterwegs! Sie setzen Verstärkung ab! Ich nehme das hier! Kümmer dich um die anderen, Chris! Stellen wir sie auf! Kümmer dich um die anderen, Chris! 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 Die wirben niedergemäht. Gute Arbeit, Leute! Die wirken, die wirken. 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 Die wirken. Die wirken, 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 die wirken. Die wirken. Die wirken. Die wirken. Die wirken, die wirken. Die wirken, die wirken. Die wirken. Die wirken. Noch zwei! Oh ja! Letztes C4! Unser schwerer Schuss! Das soll es erreichen! Scheiße! Hey, schau ihn da weg! Leid, Verluste! Hey, hilf wenig! Keine Zeit! Wir müssen die Brücke kriegen! Jetzt! Das konnte reichen! Scheiße! Keiß, schau ihn da weg! Ich bin getroffen! Keiß, hilf Felix! Keine Zeit! Wir müssen die Brücke streiten! Wir müssen die Brücke streiten! Jetzt! Panzerwagen kommen! Becken! Jetzt... Ich bin ein Fluss! Ich bin ein Fluss! Da müssen Sie mehr aufpassen! Verkastet! Sie dürfen die Tunde da drauf! Die Zeit ist um Heroden. Wo setzt Pantheon die Wege dran? Ich... erinnere mich nicht. Das musst du. Sie ist... ein verlediger Trauer. Kampf! Du musst durchhalten, nur noch ein bisschen. Der Spiegel, er ist intakt. Ich kann ihn einsehen. Was ist im Spiegel? Avalon. Der Angriff findet in Avalon statt? Nein. Nach Avalon bringen sie mich, sobald ich wieder frei bin. Von dort aus haben wir alles geplant. Wir brauchen die Wege. Ich bin dran. Deine Realität bricht zusammen. Wer will dich, Arrow? Spürst du, wie du verschwindest, Jane? Spürst du, wie du verschwindest, Jane? Spürst du, wie du verschwindest, Jane? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Keine Sorge. Und wer will dich vermissen? Ich bin dran noch. Und jetzt bin dran. Und jetzt bin ich dran. Ich kann es fühlen. So widerstandsfähig. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wir holen dich hier raus, Harrow. Halte durch! Kämpfe weiter! Festhalten, Harrow! Wir schaffen das! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin hier! Ich bin hier! Man findet ihr nicht auf dem Weg! Warum kommt ihr noch? Wir sind an dir! Ich bin hier! Man findet ihr nicht auf dem Weg! Ich bin hier! Ich bin hier! Schon okay! Ich hab dich! Jetzt hilf mir! Ich... Ich was? Ich sehe es jetzt. Die Wege ist in Washington D.C., im Kapitol. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Jesus Christus! Das ist 5000 Meilen von hier! Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil Livingstons Kopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird. Für den Fehler einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern. Einen Angriff mit einer von SCIA finanzierten Biowaffe. Und jemand wird seinen Posten übernehmen. Du? Ich. Das Pantheon wird endlich die Institution kontrollieren, aus der es vertreten wurde. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. Die Wege ist im Kapitol in D.C. Sie werden sie freisetzen, sobald sie Harrow haben. Heilige Scheiße! Ich informiere Livingston. Mal sehen, ob das Arschloch endlich zuhört. Scheiße! Woods! Woods! Es geht los! Fuck! Verdeid! Verdammt! Scheiße! Ich will ihn lebend. Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fake dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Keine Sorge. Dein Leiden ist bald vorbei. Woods! Felix, bist du... Ich komm schon durch. Chef, bleib bei ihm. Gib uns Feuerschutz. Adler, Case, mir nach. Geh, Case. Ich komme klar. Los! Malte, dich. Ich bin ungefaspt. Mach zu mir! Oh ja. Lohinz, melde dich! Nichts! Bleib ihn nicht ab! Komm, geh! Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß ja nicht genau wie, aber was ich weiß ist, dass Sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben Wir sind also gefragt Sieht so aus Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran Alles inoffiziell Alles inoffiziell Der Kalte Krieg nicht vorbei? Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern Was sollen wir dagegen machen? Was sie immer getan haben Beschützen sie uns Harrow mag Geschichte sein, das Pantheon nicht Ich brauche sie in Avalon Sie sind noch eine Gefahr? Und ob? Schlimmer noch Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns Wir dachten, wir wären sie los Wie es aussieht Waren sie nie weg Wir sind noch ein paar Jahre alt 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 Wir sind noch ein paar Jahre alt